Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde, willkommen auf diesem wunderschönen Zweitkanal, der jetzt durchaus lange inaktiv war. Ich habe hier ja früher meine Ascalta Reactions hochgeladen, das werde ich nicht mehr tun, da der Kollege ja sehr, 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 sehr empfindlichen Strikefinger hat. Deswegen werden wir das System hier ummodellieren, werde jetzt hier anderen Stuff hochladen, der meiner Meinung nach nicht auf den Main Channel muss, aber trotzdem irgendwie cool ist. Und wir fangen quasi damit an, dass ich euch über ein paar Videos zeige, was denn eigentlich so nach dem Nomaden Lifestyle noch passiert ist. Das war Onstream, ich habe es nebenbei aufgenommen und jetzt könnt ihr es euch angucken. Ich nehme übrigens gerne Vorschläge für den Namen des Zweitkanals entgegen, denn irgendwie weiß ich nicht, ob ich den Namen FroschAim behalten möchte. Naja, egal, viel Spaß. Mein Chat, hat da irgendjemand Bock Raketen zu craften? Ist die Swamp Base weg? Ja. Oh no, F. Really? Warte, ich mache ein Screen, ja warte. Also es stehen noch überall Millionen Plans außenrum, aber die ganzen, oh warte, ich mache ein Screen. Hast du mal einen Ali-Chat geschrieben, einfach so? Naja, noch nicht, mache ich gleich. Warte, ich schicke einen TS. Der ist gut laggy, der ist so. Oh, ich schicke Discord, ist besser. Ja, mach mal. F. Die Arme, ey. Das werden wir nie wiederfinden. Yey. Warte, ich guck mal schnell. Oh. Ja, da hat's geknallt. Alle Foundation lowered. Das ist sad. Das ist sehr sad. Also ja, und die Nachbarn sind halt auch gewiped. Oh no. Ich dachte, wir können jetzt, ich dachte, wir können die besuchen. Lol. Wait. Was ist hier los? Die Nachbarn, die Lost, der Lost Tribe, die haben sich einfach hier in der, in der Cave aufgebaut, nebendran von denen, in dieser Upper South Cave. Hier stehen einfach zwei Turrets, also komplett gesprengt und so, aber die sind noch nackter und die sind noch Schränke. Okay. Das war alle leer, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Was ist das denn mit Kamin, Junge? Food and Perishable Items Only. Do not remove spark power. Da sind hier wieder Schilder dran, an den Preserving Bins. Und die Lost. Oh, weia. Ja, ich komm gleich mal gucken. Ein Massaker ist passiert. Guck mal trotzdem mal, just in case, gerade so für nebenbei ein bisschen was. Oh, so wie wir halt und fallen auf jeden Fall, gönne ich mir, Junge. Mal gucken, ob die, ob die Node eingebaut ist. Boah, ist übel laggy der Server. Holy shit, ey, fast eine Sekunde delay oder so, wenn du irgendwas machst. Ich hab dir übel die nice Base gebaut, ey, hier drin in der Cave. Komplett set. Alles gone. Die hatten zwei Turrets am Eingang. Das war dann Lost Tribe, oder was? Das war Lost Tribe, ja. Okay. F. Hier liegt sogar noch einer von denen. Balls Deep liegt hier. Ridley. Den kenn ich nicht. Ich kannte nur, wir kannten nur einen, der Hokago oder wie der hieß. Ne, das ist die Frau, das ist die, als ich da die Foundation weggemacht hab, die da so runtergegeben, neben der Ding lag, neben der Preserving Bins. Die war das. Ah, okay. Node ist nicht eingebaut. Insane. Aber die Arme, Mann. Übel sad. Ist der Typ mit den Arthrus eigentlich wieder in den Lower South? Ja. Also, war, glaube ich, nicht im Video, oder? Der Typ mit den Arthrus? Wir waren doch nochmal mit dem Typ mit den Arthrus in der Lower South Cave. Ab zum zweiten Mal. Wipe die Sau. Ne, ne, das war ja jemand anders. Ja. Da fehlt viel. Also, ich hätte da noch einiges reinpacken können in das Video, aber, keine Ahnung, dann wäre das halt 40 Minuten oder so gegangen und das war mir dann doch ein bisschen zu krass. Ja, hat hohem Material auf zwei der Count hoch. Jo, wahrscheinlich. Wie lange soll ich denn hochladen? Ich muss mal, äh, 20 Stunden hochladen oder so. Wie viel auch immer das war. Ne, liegt noch einer vom Lost Tribe. Die sind hier überall liegen, die ja verteilt. Lost. Die Arme. Die, eine liegt ja so im Bett draußen vor der Base, auch die übel hochgesprengt, Junge. Und dann innen drin liegt einer. Komplett dead einfach alle. Sad, Mann. Die Arme. Wir hätten, wir hätten sie nicht verlassen dürfen. Wir hätten die verteidigen müssen. Ja. Das haben wir jetzt davon. Aber wir haben sie, wir haben sie auf YouTube verewigt. Alles gut. Ja. Der arme Typ. Nee, per Hensel. Ja, ich meine, er hat ja nichts in der Base gehabt, da hat er ja auch selber gesagt, aber trotzdem. Ja, es war ja sein Plan von Anfang an, ne? Also, wer nichts hat, kann nichts verlieren, aber trotzdem schade eigentlich. Ich hätte gerne geguckt, was jetzt so, äh, ne, boah, wann ist das? Ist das schon eine Woche her? Ja, fast. Ja, ne? Ja, gut, ich meine, eine Woche ist halt auch echt lang. Er ist doch nicht online, er hat nicht respawned im Adi-Chat. Schade. Ich finde es echt krass, wie viele Leute sich auf Apocalypse immer wieder aufs Neue aufbauen. Also, ich meine, der ist jetzt schon wieder wie alt, der Server? Zwei Wochen knapp oder so? Und hier kommt trotzdem, der ist halt trotzdem so gut wie slotcapped. Also, schon krass. Das sind auch mit Abstand die einzig guten Office-Server. Meiner Meinung nach muss man da dabei schreiben, sonst heißt es wieder, äh, 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 was ist eigentlich viel Arbeit, die ganzen Chat-Interaktionen rauszunehmen? Chat-Interaktionen rauszunehmen? Puh, what Chat-Interaktion? Bei den Legs sind es schwer zu kämpfen. Übel geil. Ich weiß gar nicht, warum ich mir überhaupt schon wieder so viel Mühe hier gerade mache, wenn ich eigentlich nur da hingehen will zum Gucken. Alter. Holy. Ähm, ja, aber um die Frage zu beantworten, tatsächlich nicht. Also, das ist ja, äh, wenn wir on-stream PvP spielen, ist tatsächlich die Interaktion ja eher beschränkter. Ähm, und von daher war das nicht so schlimm. Und vieles aus dem Video war ja tatsächlich, äh, off-stream-Material. Das hat ja keiner, kannte ja keiner. Die Raft-Aktion ging übrigens sehr viel länger. Ich weiß gar nicht, wie lang ist der Part in dem Video? Zwei Minuten oder so? I don't know. Ich weiß nicht, wie lang wir da am rumfruchteln waren, aber zwei Stunden mindestens. Das war übel funny, ey. War actually glücklich, dass wir das gemacht haben, weil da sind wir danach der Y-Bahn begegnet. Das war durchaus angenehm. Jetzt runne ich mal da in die Richtung und gucke mir das selber mal an, wie es da jetzt aussieht. Im Nachhinein. Guten Tag, der Herr. Was ist Ihr Plan? Schelle. 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 Gute Nacht. Wer hat nix? Okay. Dann würde... Hallo? Verschlepp dich. Oh, die Hütte kenne ich auch noch. Hier hatten wir auch mal reingekotzt, hätte ich fast gesagt. Reingeguckt. Was haben wir denn hier? Classic IED-Base. Lol. Gesichert mit dem Schrank. Interessant. Was ist denn das? Tribe of Ice. Der Allerechte. Ah! Snake. Ich versuch's mal von da oben. Kapro macht keinen Yeet. Don't do this. Passt. Dann kommen LOL-Facts. Ja, genau so fühle ich mich. Oh, F, ey. Alles kaputt. No! Aua. Oh. Ist das sad. Das war so ein... Ist das traurig. Sehr traurig. Gut, gucken wir uns Hasoki noch an. Oder Hosaken, wie auch immer er heißt. Hier rennt so ein scheiß Titan durch diese Base. Ja, auch alles. Alles im Arsch. Nee. Rip Lost Tribe. Ist das sad. Oh, aber er hatte endlich mal irgendwann seine Foundations aus Metall gemacht. Lost. Lost, der Lost Tribe. Ist weird. Ich war hier das letzte Mal... Keine Ahnung. Voll... Was war das jetzt? Eine Woche oder so? Oder waren das schon zwei Wochen? Irgendwie eine Woche, anderthalb. WB. Ähm. Aber dadurch, dass ich die letzten Tage an dem Video geschnitten habe, fühlt sich das nicht so an, als ob das schon so lange her wäre. Ja, ich habe mir gerade die Base der gefallenen Brüder angeguckt. F. In Chat. Ja. Sehr traurig. Wo bist du jetzt? War dead. Jetzt bin ich gespawnt. Bin einfach random. Sollen wir, ähm, mal gucken, was die... wie es bei den Chinas aussieht? Wenn du auf mich wartest, dann ja. Sonst bin ich aber ganz schlimm. Äh, ja. Bin halt im Swamp gerade. Hört sich da auch heimisch. Ja. Ich habe schon Home-Feelings wieder hier. Dann ist ja gut. Was wir eventuell, äh, tryen könnten... Wir können auch nochmal checken, ob, ähm, am Rand zum Schnee-Biom, ob, ob deren Base immer noch so lost ist. Ja, ich komme mal rüber. Maybe yoink. Ja, nee, ich wollte jetzt eigentlich zu Medford laufen, oder nicht? Achso, überhaupt, ich komme einfach gerade zu dir. Ja, nee, ich laufe jetzt zu Medford alleine. Nackt. Das ist so traurig. Ja. Meinst du, die haben dem seine gebreedeten Teres aus dem Cryo geklaut? Hä? Der wollte auch Teres im Breeden. Und der hatte ja Cryos von uns gehabt. Ja, ich glaube nicht, dass er die Cryo gepackt hat über Nacht, oder? Ich denke, der hätte ihn draußen stehen lassen. Hm, weiß nicht. Oder halt hochgeladen. Ich glaube, hochgeladen hat er den nicht. Ich glaube, so dumm war der nicht. Das irgendwie, dass er, hätte er was von, hätte er Profit in seiner Base gehabt, weißt du? Ja, true, eigentlich, ja. Ich habe ein komplettes Kit hier am Start mittlerweile. Ich habe Bolas, Knüppel, Fackel, Lederrüstung, Schild, alles am Start. Oh, die reden hier miteinander. Der eine ist ausgenockt und da sind zwei daneben. Ich bist jetzt wieder... You want to fight? Okay, okay, come here, if you want to fight. Come here. Das ist falsch. Ja, that's what I fought. Oh, der Alman dringt durch. Fought. You want to? You want to? You want to, man? You want to? Yes? Help! Was ist er denn? Ich bin's. Ihhh. Was ist das für ein Name? Äh, weiß ich nicht. Wie heiß ich denn? Holxmolx. Holxmolx. Genau, ich wollte Holy Moly schreiben, aber da waren X statt ein Y. Kommt wieder da, Retard. Äh. Äh. Fuck, das ist ein übelste OP-Base. Da kommen wir nicht hin, warte mal. Warte, safe, Moment. Hier so? Geht? Äh. Oh, das ist echt nicht... Da kommen wir nicht hoch. Warte mal. Vielleicht kann man von da oben mit dem Fallschirm rüberfliegen oder so. Ne, ist zu weit. Von dem anderen, also von dem Berg da hinten, kannst du mit dem Fallschirm rübersegeln. Safe. Ja, als ob ich jetzt da ganz hinten hingehe. Aber dahinter ist ein Yoink, glaube ich. Ja, maybe. Ich fall hier runter. Ne, hilf. Hilf mir. Wo bist du? My dad. Hä? Du bist im Stein drin, bei mir. Ne, ich bin da hinten drin. Komm, schade. Aber ich muss dich enttäuschen, hier ist nicht viel zum Yoinken. F. Hier ist Holz. Die sind gepin-coded, die Schränke. F. Dann Scheiß drauf. Also, ja, weiß nicht, was ist, was wird denn das jetzt hier? Machen wir jetzt hier doch noch einen Yoink auf Ark. Ich habe keine Ahnung, was das hier wird. Ich wollte ja eigentlich nur mal kurz bei den Chinas gucken, was die machen. Ja. Ich bin jetzt hier in der Nähe gespawnt, ich komme jetzt. Ja, wir haben irgendwie aufgehört zu überlegen, was wir eigentlich tun wollen. Richtig. Also, was? Ja. Ich meine, den Leuten Hallo zu sagen, hat sich leider ja schon wieder erledigt. Ich sehe auf jeden Fall eine Flans hier oben. Weil eine Flans hat ja nichts zu heißen. Ich habe eine Highbase gefunden. Oh, ich sehe ein Turret. Ein Tribe Studio Wildcard. Da steht doch immer noch das Turret, Junge. Ja, zwei, glaube ich sogar. Alter, wie kann man so lost sein? Das ist insane. Oh, die haben ja die... Oh, jetzt ist ein gelber Drop mit dringend, Junge. Da ziehe ich jetzt Profit raus. Oh, den habe ich auch gespottet. Ich will auch gucken. 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 Ja, wahrscheinlich. Lol. 190er Pistol BP und 170er Pike BP. Neu. Profit. Oh, guck mal, wie viele Turrets die haben. Lol, die haben überall Turrets jetzt. Guck mal. Oha. Ich habe sie aufgestockt. Schweine. Da kann man nichts mehr machen. Ich habe deine Opinion. Junge, Alter, guck dir das mal. Guck mal her. Ich komme. Bist du. Bin hier. Na, guck mal da hinten. Mit Hedge-Rame. Die schießen doch gar nicht nach unten. Was ist denn das? Hedge-Rame-Plants, Junge. Das habe ich auch noch nie gesagt. Also das ist ja mal komplett verloren. Da bin ich mal. Da sage ich, wie es ist. Da ist ein Player mit Pete. Der ist von Pfiff. Der fliegt weg. Wo? Der fliegt Richtung See. Oh, hier. Ich habe ihn gesehen. Der hat mich rauslaufen sehen. Nackt. Ist abgehauen. Was ist mit ihm? Ich sehe ihn. Ich verfolge ihn. Er ist gelandet. Er ist gelandet. Ja, ja. Bleib dran. Warte. Scheiße. Jetzt fliegt er weg. Er hat ab. Hm. Sad. Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn er jetzt einfach gekommen wäre und gesagt hätte, ja, moin. Und dann Boller, Feuer und gut oder so. Äh, ne. Wir könnten am Obi campen und just chatting machen, bis jemand kommt. Und, lol. Aber tatsächlich glaube ich, dass dann eher jemand kommt. Wegen uns. Und nicht, äh, weil er da gerade random vorbei ballert. Ja, bei Imagine, da kommt so ein Typ mit so übelsten, übelsten Whale-Kid und Bloodstalker an Kryod den und wir joinken. Ist ja schon cool. Dann könnte ja Episode 2 kommen von, äh, normalen Lifestyle. Pass auf, dass du dich nicht überschlägst beim Reden. Nicht. So ein Tag gehört, als wärst du einen Berg runtergefallen, ey. Ja, ich bin auch gerade runtergesprungen, den Berg. Oh noi. Hat ein bisschen wehgetan. Mal gucken, was die Boys in West 3 da machen. Die Boys in West 3? Die Pilgers. Achso, die. Im Schnee. Ja, okay. Ich orientiere mich in die Richtung und check einfach unter... Was ist er für ein Piet, Alter? So ein Piet, der hier ein Ding ins... Wie heißen die scheiß Vögel, die den Kopf in den Sand stecken? Strausch. Strausch, genau. Ich glaube, ich bin direkt nebendran gespawnt. Ist ja richtig woffel. Vogelstrausch, äh, Cosplay gemacht. Vogelsau. Die haben wir ja nicht das Raft stehen lassen das letzte Mal, ja, oder? Ja, das steht irgendwo rum. Warte mal. Das stand ziemlich nah bei deren Base. Da, wo wir im Video abgehauen sind. Da haben wir es stehen gelassen. Hedge wurde irgendwas kaputt gemacht? Nee, das war ja aus Holz. Das kann ja nicht das Raft gewesen sein. Irgendwie, das wär so geil, wenn das Raft noch da ist. Oh, dann können wir ja richtig, dann können wir nochmal joinken, ne? Ja, ja, können wir einfach hinfahren. Noll. Ey, Imagine. Und jetzt haben... Oh, das wär geil. Und Imagine, die haben jetzt mehr Stuff so in ihrer Smithy und so, weil die mehr gefarmt haben. Mir ist übrigens, stimmt, das wollte ich noch gesagt haben, mir ist beim Schneiden klar geworden, da ich ja ein paar Mal die Base dann gesehen hab von denen, in dem Tresor muss ihr kompletter Loot drin gewesen sein. Ja. Weil die haben uns halt abgelenkt, also der ist halt angekommen, das war halt unlucky. Ja, ja. Ja, wir wurden nicht abgelenkt, das war da nicht mehr möglich zu dem Zeitpunkt. Der hätte das halt mit dem Megatherium oder so gemacht, gedefft. Ja, vielleicht hätten wir warten können, bis er weg ist oder so, aber halte ich jetzt für unwahrscheinlich, dass der in dem Moment wieder... Ich glaub, der ist gerade eingeloggt, so, als wir da angekommen sind. Äh, ich glaub, die ist gewiped, lol. Man wundern würde es mich nicht. Äh, whatcha gonna do, whatcha gonna do? Ja, ist full wiped, ist nix mehr da, lol. Nur noch die Rafts, übel aufgesprengt. Also ich bin gerade jetzt oben bei der Base, lol, die ist wieder aufgebaut worden, glaube ich. Wir haben noch das Raft oben im Wald über der Base gefarmt und daneben dran war noch eine Base, die noch kaputt war, ne? Mit Turrets, auf so Catwalks. Und die ist aber wieder aufgebaut, glaube ich. Ja, nördlich von der Base, die wir mit Raft geradet haben. Da haben wir doch im Wald gefarmt. Ja. Also hier das Raft, ja. Achso, die? Ja, die ist, glaube ich, weil da ist wieder ein Active Turret drauf. Okay, okay. Noll, Bossfight, okay. Ja, tschau. Ähm. Yo, hier sind wieder Active, oh, lol, das könnten, das wär, oh mein Gott, sind die scheißige Place, die Turrets. Das stinkt wieder. Ja, ich bin unterwegs, ich jogge hier durch die Map. Ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit von Parasauce detectet. Ah, ich bin jetzt da. Ja, Moment. Wo bist du? Äh, ich komm von da, wo wir das Raft gebaut haben. Im Walde. Ja, ja. Stehst du auch an der Seite, oder? Äh, ja. Ich renne jetzt nicht gleich in Turrets rein, oder? Ah, da bist du. Äh, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin hinter dir. Ja, komm mit. Ja, warte. Hat man auch nicht im Video gesehen, die Base. Hier war die, ne? Ja, und hier. Wenn du dich hier so hinlegst, da kannst du, also siehst halt nichts wegen scheiß Nebel, aber das ist halt, guck mal, da sind halt Pillar hochgezogen. Und auf den Pillar auf dem Seen hier oben stehen die Turrets. Und in der Mitte so der 2x2 Mitte. Was ist denn das da hinten, Junge? Guck dir diese, guck dir diese 1x1, den 1x1 Stone Turret Tower an. Ja, ich hab's gesehen. Warte mal, ich will mal, vielleicht kann man von oben, oberhalb der Base nochmal sehen. Ja, ja, da kannst du auch gucken. Das ist komplett lost, die Base. Es ist echt krass, wie viele. Und ich denke mir halt auch jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich mir immer wieder, ah, das sind die Epic Games Player, aber es sind Steam Player. Hier, wenn du dich hier hinlegst, hier ist geile Pussy. So, bei denen könnte ich das halt nachvollziehen so ein bisschen, die haben keinen Peil, aber... Das wär aber huge profit, das sag ich dir, ey. Ja, ja. Krass, dass die sich nochmal aufgebaut haben. Also das Ding, das hat man im Video auch nicht gesehen, das Teil hier war komplett demolished. Also nicht komplett, aber die war halt offen und die Turrets waren alle off und schlag mich tot. Alter. Weiß ich weiß. Guck mal, das Ding ist übel huge. Lo-wait. Ich glaub, wir können dir ein Greenhouse joinken. Alter. Joinken? Greenhouse? Ja, übelstes Greenhouse hier hinten von... Warte mal. Ich komme, ich komme. Ich glaub, ich glaub, das wird ein Joink. Alter, was sind das für Turret-Tower, Junge? Plans. Alter. Hier ist halt kalt, es fuck. Ey, guck mal. Die sind nicht ausgewachsen hier vorne. Ja, aber warte, guck mal, guck mal, äh, unten bei den Turret-Towern, da sind einfach Trapdoors dran, dass die von unten auf das B zugreifen. Siehst du das? Die sind die, guck mal im Stream. Hast du jemanden? Ja. Guck mal auf dem Boden, diese Verkabelung hier. Aber das ist doch kein Töd in dem Döns, oder? Ja, aber da. Ich weiß nicht, womit, wenn... Also, es sieht halt so aus, ob die Kabel nach da hinten führen und der Jenny da vorne stehen würde, vielleicht. Weil ich meine, hier vorne macht eine Verkabelung nicht so viel Sinn. Boink. Oh, nee. Oh, ah, shit. Ah, die Plans fucken mich ab, nee. Oh, no. Bin ich safe hier? Ne, bin ich nicht. I'm so dead. I'm dead. Das ist sad. Ich bin eingedrungen. Ja, also, kannst du da rein? Leute, was machst du da? Oh, mein... Das ist nicht real. Nein, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Alter, nee, nee. Das gibt's nicht. It's a joink. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht real. Das glaubt es nicht, Junge. Die Tür ist zufälligerweise offen, wo das alles rauskommt. Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Alter, ist das lächerlich. Au, mein Finger tut weh, weil ich gerade übel zusammen gequetscht habe, Alter. Junge, du musst hier hinkommen. Ja, ich weiß, ja. Mal, warte. Alter, das ist allein in der Forge sind... Über 1k Metal, Mann. Nee, der kommt... Oder? Jo, komme ich dran.